Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ziv6 mit dem Griechischen Reich. Unser Reich wächst. Wir haben es wirklich geschafft, zwei weitere Städte zu gründen. Ich bin mit den Siedlungsplätzen auch mittelmäßig zufrieden. Die Ausstattung mit Luxusgütern könnte ein bisschen besser sein, ist aber okay, um uns über die nächsten Runden bringen zu können. Ich bin gespannt, was sich hinter dem Nebel des Krieges noch so verbirgt. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden, ein bisschen mehr erkunden. Auch mal unsere Küsten, unsere Startposition und alles, was sich da drumherum befindet, ein bisschen besser erforschen. Beziehungsweise dann mit Marineeinheiten erkunden. Das ist auf jeden Fall das Ziel, die nächsten Runden, um weitere Siedlungsplätze auszukundschaften. Darum, lange Rede, kurzer Sinn, eine Runde weiter. Ich werde mal gleich hier das Barbarenlager hier oben angehen. Es ist zum Glück nur ein Sperrkämpfer drin. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, es ist nicht wie hier unten mit dem Barbarenlager, dass das ständig neue Barbareneinheiten spawnen. Und dann auch noch Reiterei, die generell auch nicht gerade schwach ist und mir das Leben zur Hölle macht. Ich hoffe, der eine Krieger reicht hier wirklich aus. Und was wir auch so ein bisschen im Auge halten müssen, ich will eigentlich eine Religion haben. Und im Moment sieht es danach aus, dass das nicht klappen wird. Ich hoffe, dass es noch klappt. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Mich hat jetzt der eine sogar noch überholt, der eine unbekannte Spieler. Ihr seht, ich mache drei Punkte pro Runde. Der hier, ähm... Na? Der nur zwei? Ui, da hat einer schon eine Religion gegründet. Oh, da war er doch schneller. Wahrscheinlich durch ein Wunder. Das kann auch sein. Weil, was ist eben passiert? Ich lasse den Rundenzähler mal kurz laufen. Wir sind in der Klassik angekommen. Schön. Ja, wir können endlich eine mächtigere Regierungsform wählen. Das machen wir aber gleich. Ich möchte euch kurz nur meinen Gedankengang mitteilen. Und zwar, äh, bleiben wir bei den großen Persönlichkeiten. Ich generiere drei Punkte pro Runde. Eben war da einer, der hat mich quasi von hinten überholt. Der hatte vier Punkte. Der ist jetzt verschwunden. Also ich habe jetzt nur noch zwei vor mir, die jeweils zwei generieren. Und der eine hatte mich sogar noch überholt. Ähm, der war aber nur zwei Punkte vor mir. Also der hatte 24. Meine Vermutung war, der hat irgendein Wunder gebaut, ähm, dass es dem ermöglicht hat, sofort einen großen Propheten zu bekommen. Komischerweise habe ich keine Meldung bekommen, dass hier ein Wunder gebaut wurde. Darum, ja, muss ich sagen, weiß ich es jetzt gar nicht so genau. Ist aber egal, weil ich glaube, dass wir es sogar noch schaffen, den jetzt zu überholen. Also wir, ähm, müssen ja jetzt 80 Punkte erreichen. Ich mache jetzt noch drei. In der nächsten Runde kriege ich vier Punkte für den großen Propheten. Habe damit doppelt so viel wie er und er. Von daher bin ich jetzt eigentlich wieder froh und mutig, dass wir es schaffen, eine Religion zu gründen. Das schaffen wir. So, wir haben eine neue Quest bekommen. Bildet ein Reiter aus. Das werde ich auch machen, weil ich will diesen Stadtstaat unbedingt an mich binden. Straßen wurden verbessert. Ich brauche Wohnraum. Ja, das glaube ich gerne. So, und ich kann zu einer besseren Regierungsform wechseln. So, das machen wir jetzt als allererstes. Am Anfang gibt es immer diese drei hier. Das ist immer so ein bisschen abhängig von der Spielweise. Klar, wenn man eher kriegerisch unterwegs ist, macht die Autokratie Sinn. Wenn man eher, sag ich mal, friedlich, expansiv unterwegs ist, ein Reich ausbauen will, also intern ausbauen will, dann ist man hier eher besser mit beraten. Denn eine Mischung davon bietet die Oligarchie. Ich nehme in der Regel eigentlich ganz gerne mal die klassische Republik. A, ich zocke nicht gerne auf Krieg, weil das mir zu viel geklicke. Ist mir zu anstrengend. Ja, ihr merkt, ich bin klickfaul. Und ich finde den Bonus hier ganz geil. 15% große Persönlichkeitspunkte. Auch jetzt vor dem Hintergrund, dass wir ja anstreben, möglichst schnell einen großen Propheten zu bekommen. Und das ist auch nett. Alle Städte mit einem Bezirk erhalten eine Annehmlichkeit, was ich jetzt auch ganz gut gebrauchen kann. Ich will jetzt nicht schlecht reden, also die Autokratie oder die Oligarchie. Es kommt auf die Spielweise an, aber ich möchte ja einen Kultursieg anstreben. Ich möchte mein Reich im Moment noch ausbauen und habe jetzt auch noch keine militärischen Konflikte vor der Haustür. Darum nehmen wir mal die klassische Republik. Und das Schöne ist, wir haben ja eh den Joker-Politikplatz. Das heißt, ich nehme hier auch nochmal ein paar Wissenschaftspunkte mit. So, das macht gar keinen Sinn mehr. Da gibt es schönere. Ich könnte mir vorstellen, erstmal jetzt ein paar Handwerker zu spammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, erstmal hier ein paar mehr Punkte zu bekommen. Und ich hätte ganz gerne auch ein bisschen mehr Gold. Das ist erstmal soweit okay. So. Dann, ich baue erstmal. So, ich müsste jetzt eigentlich meine Hauptstadt auch mal ein bisschen besser ausbauen. Monument, Wassermühle, etc. Ich will jetzt aber erstmal ein paar Handwerker aus Feld kriegen. Warum Handwerker? Ich werde in den nächsten Runden hoffentlich den Tabak anbauen können. Weiß der Kuckuck, warum er hier unten das macht. Und ich möchte hier meine anderen Städte natürlich auch ein bisschen anschließen. Also die, was heißt anschließen, die Ressourcen, die hier sind, anschließen. Und darum würde ich hier auch tatsächlich, weil es auch nur zwei Runden dauert, erstmal einen Handwerker. Den würde ich hier unten hinschicken. Ich müsste jetzt eigentlich auch genug Kohle haben, um eins zu kaufen. Ne, 150 waren es. Das würde ich dann hier unten machen. Und dann könnte man sogar überlegen, ob man hier ein paar Geländefelder kauft, um das Luxusgut anzuschließen. Bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Tja, ich verschiebe die Entscheidung erstmal. So. So, das macht jetzt Sinn, weil ich will ja einen kulturellen Sieg anstoßen. Äh, anstreben, Entschuldigung. Und das macht als nächstes Sinn. So, baut ein Wunder, das schaffen wir nicht mehr. Äh, Bonus. Erforscht die Technologie Bauwesen. Wo versteckt sich denn Bauwesen? Schauen wir mal. Ich versuche eigentlich immer, ah, da. Brauche ich eine Wassermühle für. Ja. Könnten wir gleich hier bauen. Oder hier müssen wir mal schauen. Oder kann ich die sogar kaufen? Warte mal. 210. Ne, so viel Kohle habe ich leider nicht. Also, ich versuche eigentlich immer so ein bisschen zu stapeln, ne. Also, ich forsche eigentlich immer gern die Sachen, die mir einen Bonus dann bei den Ausrichtungen geben. Ich versuche die Bonus auszulösen, um da so relativ zielgerichtet hinzukommen. Am Anfang klappt das eigentlich immer noch ganz gut. Das Reich ist klein. Man hat nicht so viele Aufgaben. Das wird aber am Ende irgendwie immer schwieriger. Je größer das Reich wird und je mehr Spieler einen an den Kragen wollen, desto anstrengender wird das. So, die schicken wir auch mal in den Norden. Du kannst den Kollegen hier unterstützen. Und dann machen wir eine Runde weiter. So, und dann auch nicht zu lange warten mit dem nächsten Siedler. Der müsste hier unten hin. Ich will das hier blocken. Nicht, dass der Kollege hier noch antritt. Hängende Gärten wurden von einem anderen gebaut. Können sie ja ganz gerne. So, das ist jetzt gerade ganz schön. Der greift auch mit an. Das gefällt mir ganz gut. So, Reiterei. Ich muss ja einen Reiter bauen. So, wartet mal. So, kann der den schon wegwischen? Nee. Gut, dann bilden wir den erstmal aus. Warten noch. Nun, der wird nochmal angreifen. Dann putzen wir den gleich weg. So, ich soll einen Reiter hier für den ausbilden. Das heißt, ich würde sogar erstmal den Reiter erforschen. Also Reiterei erforschen, um Reiter bauen zu können. So, und für Bauwesen, muss ich gerade nochmal gucken, brauche ich eh noch die Steinmetzkunst. Okay, das heißt, das wäre der nächste Step. So, hier haben wir jetzt schön einen Kornspeicher bauen können. Das merkt man sofort. Und die nächsten Bürger lassen gar nicht so lange auf sich warten. Handwerker dauert sogar nur vier Runden hier. Monument könnte auch Sinn machen. Wobei, wir haben jetzt das Luxusgut hier angebunden. Also, was heißt angebunden? Es ist innerhalb unserer Grenzen. Ja, ob man den dann vielleicht... Pass mal auf, ich baue hier einen Handwerker. Der bleibt dann auch hier. Und den schicke ich in die Stadt. Das macht erstmal mehr Sinn. Nochmal einen Blick hier hin. Oh gut, den holen wir ein. Das schaffen wir. Den auch. Okay, also, wenn jetzt nicht noch irgendwas großartig passieren sollte, sehe ich für uns ganz gute Chancen, dass wir es schaffen, eine Religion zu gründen. So, jetzt mal kurz gucken, ob wir was Schönes kaufen können. Wir haben ja Kohle. Ja, jetzt nichts, was mich großartig ankickt oder interessiert. Ja, du ziehst auch mal ruhig weiter. So, und dann können wir in sechs Runden, kann ich auch neue Sozialpolitiken auswählen. Da würde es sogar eventuell Sinn machen, dann eine Karte zu spielen, die den Bau von Siedlern pusht, um einen Siedler zu bauen. So, ach, der hat jetzt nicht angegriffen. Oh, egal, das reicht trotzdem. So, sehr schön. Haben wir den weggemacht. So, den schicken wir Richtung Süden. So, und hier bauen wir eine Wassermühle. Wassermühle, weil der Bau einer Wassermühle pusht das Bauwesen. Macht erstmal Sinn. Vier Runden und als nächstes geben wir da noch einen Handwerker in Auftrag. Genau, so machen wir es. So, hier unten. Oh, die Stadt ist natürlich produktionstechnisch eine Vollkatastrophe. Machen wir trotzdem mal die Wassermühle. So, du gehst mal hier unten hin. Ich will sehen, was da ist. Neuen Kontinent entdeckt. Toll. Bringt uns jetzt nichts mehr. Und wir sehen auch, hier oben ist Schluss. Das ist schade. Schade, schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Aber es limitiert uns ein bisschen. Also, wir müssen dann gucken, dass wir Siedlungen außerhalb unseres Heimatkontinents gründen. Das müssen wir auch. Ich brauche auf jeden Fall mehr Luxusressourcen. Also, ich habe Perlen. Ich habe Tabak. Ich habe Pelz. Ich werde Wale haben. Das sind vier Stück. Das reicht nicht. Also, für das Early Game auf jeden Fall schon. Aber nicht auf Dauer. So, kannst du den hier wegputzen? Ja, oder mach das mal. So, dann haben wir da Ruhe. Gleich sammeln wir hier noch das Lager ein. So, nochmal einen Blick auf die Person. Ja, sehr schön. Den überholen wir gleich. Das ist schon mal sehr gut. So, Runde weiter. Okay, unten ist auch nichts mehr. Ja, hier muss noch eine Stadt hin. Vielleicht sogar so hier mitten aufs Reis. Weil die kann sich dann schön hier so eine Krake ausbreiten. Das wäre eigentlich ganz nett. Die hier muss noch ein bisschen wachsen. Ich bin sogar gerade überlegen, ob ich hier ein Monument kaufe. Oder hier. Was kostet mich denn? Galere 170. Das mache ich doch mal. Ich bin kein Fan davon, Geld auf der hohen Kante zu lassen. So, bauen wir hier doch mal eine Galere. Und die können wir dann gleich schön auf Erkundungstour schicken. So. Jetzt forschen wir Richtung Bauwesen. Warum Bauwesen? Weil ich genau das hier pushen will. So. Und ich will eigentlich auch nicht zu lange damit warten. Wo versteckt sich denn? Das war geforscht. Ich brauche Handelsbezirke. Da. Da muss ich auch noch hin. Weil ich brauche. Ich glaube, ich mache sogar das erstmal. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen sprunghaft. Entschuldigung. Es ist Sonntag. Ich habe wenig geschlafen. Unsere Tochter war recht nachtaktiv. Darum konnte ich kein Auge zumachen. Genau. Also erstmal Währung. Ich will nämlich Bezirke haben. Also ein Handelsbezirk, um nochmal ein paar Handelswege errichten zu können. Um meine Städte pushen zu können. So. Dann gehen wir aber straight in die Richtung. Um weiter die Ausrichtung zu pushen. Genau. Du. Gehst erstmal dahin. Ja. Hier ist wirklich nichts mehr. Du. Gehst mal ruhig nach ganz unten. Ja. Wie zu erwarten ist hier auch nichts mehr. Wir machen eine Runde weiter. Okay. 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 Gut. Der Einzige, den wir uns getroffen haben, den wir bisher... Oh shit. Was sehen meine müden Augen? Da ist ja noch ein Barbarenlager gespawnt. Gut. Da können wir ja gleich unsere Truppen mal hinschicken. Auf jeden Fall müssen wir unsere Truppen... Weil ich denke schon, dass ich hier aber kurz sehr lang auch noch eine... Eine Stadt gründen werde. So. Du sammelst das hier ein. Oh. Ein großes Werk. Ja schön. Generiert schon mal Glauben und Tourismus. Ja. Das bringt uns schon mal in die richtige Richtung. Wir streben ja einen Kultursieg an. So. Die Stadt fertig. So. Ich würde jetzt sogar noch mal eine Galere bauen. Weil das pusht den Schiffsbau. Das pusht den Schiffsbau. So. Den hier schicken wir straight auf das Luxusgut hier. Den einen Gesandten, den wir haben, schicken wir hier hin. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Eigentlich... Okay. Wir sind schon Suzeran. Das ist schon mal ganz gut. Kein anderer beeinflusst den. Das ist auch schon mal gut. Und wir haben gleich auf jeden Fall genug Gesandte, dass uns da erstmal auf lange Sicht erstmal keine einholen kann. Dich setzen wir mal auf automatische Erkundung. Oder schicken wir dich so los. Ne. Ich schicke dich mal so los. Ich will erstmal sehen, was hier unten so ist. Vielleicht ist hier irgendwo noch eine kleine Insel. Die schicken wir hoch. Und zack, eine Runde weiter. So. In zwei Runden kann ich die Sozialpolitik nochmal ändern. Das würde ich auch ganz gerne machen. Weil ich würde ganz gerne Geländefelder kaufen, um das hier anbinden zu können. Jetzt breitet sich natürlich wieder in Richtung aus, wo ich sage, brauche ich gar nicht. Oder erstmal nicht. So, Wasserbühle gebaut, haben wir Bauwesen schon mal gepusht, I like, so jetzt gehen wir hier runter, so, die Frage, bauen wir jetzt noch einen Handwerker, auf jeden Fall würde ich sagen, bauen wir noch einen Handwerker, dauert nur zwei Runden, so, dich schicken wir hier hin, zurück in die Heimat, so, du baust schöne Meeresressource ab, so, dich schicken wir hier hin, also ich glaube hier wird, obwohl hier, könnte sich hier noch, obwohl es wahrscheinlich so ein Eiskontinent, der uns nichts bringt, mal ein Blick auf die großen, ja, sehr schön, okay, mir fällt gerade ein Stein vom Herzen, ich bin da beruhigt, also wir werden auf jeden Fall eine Religion gründen können, wir haben jetzt die hier überholt, da sind wir vor denen dran, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut, Runde weiter, So, Pyramiden, ja, das Ding ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Wunderbeflissende, ich finde, es gibt so zwei, drei geile Wunder, das sind meistens die Wunder, die zusätzliche Politikplätze generieren, die finde ich immer ganz geil, da ich jetzt noch nie auf den, Ja, auf den Kultursieg gespielt habe, muss ich jetzt noch sagen, weiß ich jetzt gar nicht, welche Wunder Sinn machen, welche nicht, so, so, Handwerker habe ich jetzt erstmal, ich würde jetzt tatsächlich gleich nochmal gucken, dass ich noch einen Siedler baue, Äh, 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 und auch noch ein bisschen Geländefelder kaufe, das können wir hier so belassen, zack, das passt soweit, so, die schicken wir alle, hier gibt es ja offensichtlich nicht mehr viel, So, dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwann die Einheiten auch wassern können, dass wir hier rüber können, und noch ein bisschen andere Kontinente erforschen können, So, So, wartet mal, Wo versteckt sich denn der Hafen, ne, das war eine Forschung, Muss ich zwei Meeresressorts hin, ja, okay, das kriegen wir hin, Ich würde nämlich jetzt, So, ich würde das hier kaufen, Ah, scheiße, es reicht knapp nicht, 64, uh, da kriege ich auch nicht zusammen, Und sonst hätte der hier direkt hier abbauen können, Und ich hätte, ich hätte die Luxusressource, und Oh, hier ist nix mehr, das sehe ich, Ich hätte die Luxusressource, und ich hätte zwei Meeresressourcen gebaut, Angebaut, und somit auch den Horeca-Moment für den Hafen ausgelöst, So, So, schauen wir mal hier, So, wo will ich denn hin, so, jetzt Muss ich mich hier leider ein bisschen länger aufhalten, weil was macht Sinn Für einen Kultursieg, Also, das brauche ich eh, Das dauert nur sechs Runden, würde ich aber ganz gerne pushen, Was macht noch Sinn, Hier, das macht doch Sinn, und wohl sechs Runden, Brauche zwei, Also, das ist ganz cool, Das brauche ich auf jeden Fall, weil das Push den, äh, den Ertrag, Äh, 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 Ist ja jetzt eigentlich Quatsch, aber ich mache erst mal das, weil es nur eine Runde dauert, So, Pferde will ich anbinden, Und dann bauen wir nämlich auch ein Pferdchen, So, Runde weiter, So, das Barbarenlager wegräumen, So, wenn ich dann gleich die Pferde angebunden habe, wird hier auch ein Reiter ausgebildet, dann bin ich hier uneingeschränkter Suzerain, Und dann muss auch ein Siedler her, und den muss ich hier unten hinschicken, Ja, ey, tausend Sachen, die ich machen will, ne, Aber ich muss immer aufpassen, manchmal liegen zwischen meinen Let's Plays, also ich lade ja alle zwei Tage neues Let's Play hoch, aber manchmal liegen dazwischen so zwei, drei Tage, in denen ich das aufnehme, Äh, da muss ich mich immer wieder neu reinfuchsen, Politiken will ich gar nicht ändern, Geh jetzt einfach mal runter, Ja gut, klar, der hat jetzt mal eine Stadt entdeckt, ist natürlich nicht so geil, Man kann jetzt auch nicht ändern, So, die schicken wir mal hier hin, So, du baust die Milch gleich mal ab, So, und wir gehen jetzt endlich mal auf den Maschinenbau, Bauwesen, Entschuldigung, Obwohl, ich bin grad überlegen, Obwohl, wann kommt die zweite Galerie, in zwei Runden, Ne, Leute, dann machen wir das hier, Das muss erst mal noch warten, So, Ja, ey, komm dann, Pups doch drauf, In welche Richtung gehen wir, Weil, warum, warum zögere ich oder hadere ich grad so mit mir, Ich hätte das gern gepusht, So, ich, ich forsch, oder ich bekomme das aber schneller, Als dass ich den Push hier bekomme, Von daher machen wir das mal, So, okay, jetzt mal kurz Pause in uns gehen, Was machen wir? Ja, also, ich möchte jetzt ganz gerne nächste Schritte hier das Barbarenlager wegräumen, Das wird auch kurzfristig klappen, Ich werde dann einen weiteren Siedler produzieren, Aber erst nachdem ich hier einen Reiter gebaut habe, also ganz wichtig für mich, Reiter bauen, Reiter bauen, Am besten auf ein Post-it schreiben und hier ein Bildschirm hängen, Weil dann habe ich hier die Quest erfüllt, Hab hier, ähm, Fünf Gesandte, dann kommt noch einer rein, dann bin ich so fest, so zu rein, da kann mich keiner mehr rauskegeln und ich krieg alle Boni, So, dann ein Siedler, der Siedler wird hier unten hingeschickt, So, um hier das zu blocken und, ja, einfach eine schöne Stadt hier aufzubauen, Ähm, und dann weiterer möglicher Siedlungsplatz wäre hier, Einfach nur, um das für ihn hier dicht zu machen, Ja, dann müssen wir gucken mal, was so an den anderen Inseln um uns herum so los ist, Wir haben nämlich auch noch keine andere Nation entdeckt und was man leider sagen muss, Wir krebsen hier mit 70 Punkten rum, der führende Spieler hat mehr als doppelt so viel, Das, das, das mag jetzt erstmal nichts heißen, Das, das kann sich relativ schnell drehen, ähm, Aber trotzdem, das sollten wir nicht aus den Augen lassen, Ich denke aber nach wie vor, wir sind auf einem guten Weg, Wo ich mich aber reinfuchsen muss, ist definitiv, wie gewinne ich das Spiel mit einem Kultursieg, Ähm, da bin ich schon mal gespannt drauf, ob mir das klappt, äh, wie das klappt, Vor allen Dingen, ich hoffe, mein Let's Play hat euch, äh, bis dahin Spaß gemacht, Falls es dem so ist, abonniert gerne meinen Kanal, Ich freue mich auch immer über Feedback und auch konstruktive Kritik, Ich sage bis zu einer nächsten Runde Ziv6 mit dem Griechischen Reich auf Wiederschauen!